Wir reden von 20 Jahren Freundschaft. Ich seh dir an, wenn's dir dreckig geht. Egal, wo du bist, komm da schnell raus. Das Wochenende wird sicher kein kleiner Spaziergang im Park. Kein Empfang. Es ist nicht einfacher, auf allen Komfort zu verzichten. Ja, ich werd mich meinem Trauma stellen. Oder so. Zeigen wir der Vergangenheit, wer ihr das Sagen hat. Ich glaub, ich will das nicht. Hier stimmt was nicht. Los, Atme, was ist denn? Ich hab das Gefühl, irgendwas beobachtet uns. Macht ihr das etwa Angst? Dafür hab ich mich nicht angemeldet. Wie hast du gesehen? Es war ein Wesen. Es ist, als würde dieser Ort etwas mit uns machen. Wir beide hatten denselben Albtraum. Ganz sicher gibt's ne andere Erklärung. Seit tausenden von Jahren pegern die Menschen hierher. Sie glaubten, dass ihr ein mächtiger Geist existiert. Wahres Bewusstsein erlangen wir nur durch Schmerz und Unbehagen. Tod Ja. Sie sind carbonos, bis zur Verfügung.